Ich habe das Ganze übrigens nicht an einem Tag gemacht, sondern habe das auf mehrere Tage auch wieder aufgeteilt und dann alles wieder einsortiert, aber auch sinngemäß. Und vorher war das einfach irgendwie wirr da reingeschmissen. Ich habe in meinen letzten Selbstexperimenten zum Thema Minimalismus schon sehr viel ausgemistet. Ich merke allerdings, dass ich immer noch zu viel habe, dass es immer noch zu unordentlich ist und die Dinge noch nicht ihren eigenen Platz haben. Deswegen stelle ich mich jetzt mal einer neuen Challenge. Und zwar habe ich mich daran gemacht, nach der Methode von Marie Kondo auszumisten. Sie ist eine japanische Beraterin und hat mehrere Bücher zum Thema Aufräumen geschrieben und ausmisten. Und auf Netflix hat sie eine eigene Serie, in der sie Menschen hilft auszumisten. Sie geht halt sehr nach dem Prinzip, dass man nur das behalten soll, was einen glücklich macht oder einen erfüllt. Und ich habe das Ganze mal ausprobiert. Ich habe mich also daran gemacht, nochmal meine komplette Wohnung auszumisten und im gleichen Zug habe ich auch noch alles sauber gemacht. Ich finde das immer sehr motivierend und inspirierend, wenn ich das bei anderen YouTubern sehe, wie die ihre Wohnung säubern. Wenn du das nicht so siehst, dann kannst du es einfach auch skippen. Ich habe dir hier unten so Marker gesetzt. Ich habe erstmal damit angefangen, meine komplette Küche zu säubern, also meine Herdplatte sauber zu machen, was ich glaube ich, seitdem ich hier wohne, noch nicht einmal richtig gemacht habe. Shame on me. Dann habe ich das Abtropfgestell sauber gemacht und meine Küchenwände einmal gereinigt und auch wieder trocken gemacht mit einem Mikrofasertuch. Das Waschbecken habe ich mit Zitronensäure, Backpulver und Essig sauber gemacht. Und ich finde, manchmal hilft es alleine nur fürs Auge irgendwie zwei Sachen umzustellen. Das habe ich jetzt in der Küche auch gemacht. Ich habe einfach nur den Sodastreamer statt nach rechts nach links gestellt. Und ja, das macht irgendwie was fürs Auge, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist. Dann habe ich die kompletten Schränke von innen ausgeräumt, gesäubert und aussortiert und neu geordnet. Auch bei den Lebensmitteln einfach mal geguckt, was da sowieso nur rumsteht und ich eh nicht esse und dann an meine Family gegeben. Und dann halt wieder neu sortiert oder neu angeordnet, was ich noch benutze. Das gleiche habe ich auch mit Küchenartikeln gemacht. In meinem ersten Minimalismus-Experiment habe ich schon mal ganz viel aussortiert, aber irgendwie sah das trotzdem dann wieder so richtig unordentlich aus. Jedenfalls habe ich den Mixer hier. Ich habe den, glaube ich, ein oder zwei Mal benutzt und habe es tatsächlich geschafft, den bei Vintage zu verkaufen. So, und dann habe ich mich an das Krüttelmodel hier gemacht. Ich habe da einfach zum Ende hin immer alles einfach nur noch reingeschmissen und ich finde, das sieht man auch. Also da ist wirklich so gar keine Ordnung mehr drin, man findet nichts mehr. Und es ist irgendwie immer noch viel zu viel Krempel. Ich habe tatsächlich auch hier erstmal den Schrank von außen gereinigt. Dann habe ich alles, was in den Schränken war, ausgeräumt. Im gleichen Zug auch aussortiert und halt ganz viel auch in den Müll geschmissen, also so Papierkram. Ich muss sagen, das finde ich immer so ein bisschen kritisch am Ausmisten, weil die Wohnung sieht teilweise schlimmer aus als vorher. Also bei so Sachen wie Lebensmitteln oder Küchenartikeln finde ich es relativ schwierig, nach der Methode von Marie Kondo zu gehen, weil also es ist halt dann eher so, ja, esse ich das noch oder benutze ich das überhaupt? Bei dem Schrank hier war es aber schon einfacher, nach der Methode von Marie Kondo zu gehen, also zu schauen, ob einen das Ganze glücklich macht. Mir ist wieder aufgefallen, dass es bei vielen Geschenken so ist, dass mich die nicht erfüllen, sondern eher belasten, weil es halt einfach nur da ist und nicht benutzt wird. Aber dass ich halt ein mieses Gewissen habe, wenn ich daran denke, es auszusortieren. Also was ich halt an der Stelle wichtig finde, ist, dass man den Leuten um sich herum sagt, dass man nicht mehr einfach irgendwas geschenkt haben will, weil das habe ich halt ganz oft erlebt. Entweder man macht eine Liste, was man geschenkt haben möchte und dann kann sich da jeder was aussuchen. Es gibt kein Oder. Was ich auch noch empfehlen würde, ist, wenn man seine ganze Wohnung ausmiste, dass man das in mehreren Steps macht. Es gibt halt manche Leute, die sagen, man soll erstmal alles rausräumen und dann gucken, was weg kann. Und ich finde das immer voll belastend, weil dann sieht das Ganze schlimmer aus als so. Ich mache das halt eher so, dass ich während ich die Sachen rausräume, schon gucke, was weg kann und das dann schon so entweder wegräume, indem ich es in den Müll schmeiße oder in eine Kiste tue, wo ich Sachen reintue, die zu verschenken sind. Und wenn dann trotzdem mal der Fall auftreten soll, dass man merkt, dass man während dem Ausmisten und Aufräumen keine Lust mehr hat, was nach so zwei, drei Stunden vielleicht auch mal passieren könnte. Ich saß jetzt, glaube ich, drei Stunden da dran, das alles sauber zu machen. Dann sieht die Wohnung halt nicht komplett aus wie ***, als dass man so zwischenzeitlich schon mal die ersten Dinge wegbringt und dann weitermacht. Hier die Schubladen habe ich nochmal sortiert. Also hier sieht es jetzt auf jeden Fall auch wieder ordentlich aus. Dann habe ich hier diesen großen Schrank ordentlich gemacht. Und das kann sich auf jeden Fall mehr sehen lassen jetzt. Ich habe immer noch irgendwie zu viele Sachen. Sachen, ich finde so Videos voll inspirierend, wo die so irgendwie eine Schublade oder einen Schrank aufmachen und dann liegen da einfach akkurat eins, zwei, drei Dinge. So richtig ordentlich. Ich merke auch hier wieder, dass Minimalismus so ein stetiger Prozess ist. Also, dass man immer wieder nach ein paar Monaten schaut, was vielleicht doch weg kann, was man vielleicht doch nicht braucht oder was man dann aufgebraucht hat und was man dann auch nicht wieder kauft. Oh, dann war das Badezimmer dran. Ich habe das Ganze übrigens nicht an einem Tag gemacht. Das war viel zu viel, sondern habe das auf mehrere Tage auch wieder aufgeteilt. Und da habe ich erstmal die Badewanne grundgereinigt. Das war auch mal bitternötig. Und zwar mit Backpulver, wieder Zitronensäure und Essig und dann so einem Schwamm, wo ich dann richtig am Schrubben war. Ich hatte übrigens einen Tag später Muskelkater meinem Trizeps davon. Jo, okay. Allerdings habe ich bei der Videoaufnahme gesehen, dass es immer noch nicht so sauber ist, wie ich es gerne haben wollte. Also, wenn ich einmal wirklich sauber mache, dann mache ich auch richtig sauber. Sieht immer auch so dreckig aus. Also habe ich dann nochmal alles weiter geputzt, bis ich zufrieden war. Dann habe ich mich an den Köln in meinem Badezimmerschrank gemacht und das auch eher so nach dem Prinzip in der Küche. Also dieses, was benutze ich noch, was brauche ich noch und nicht dieses, boah, was erfüllt mich voll. Das finde ich, kann man vielleicht beim Thema Make-up eher machen. Den habe ich dann auch einmal komplett sauber gemacht und dann alles wieder einsortiert, aber auch sinngemäß. Also nach, was ist für Zähne, was ist für Körper, was ist für Gesicht, was ist für Haare. Und vorher war das einfach irgendwie wirr da reingeschmissen. Meiner Meinung nach immer noch zu viel, aber schon viel, viel besser. Ich finde, wie das bei meinem Zahnputzzeug aussieht, ist das irgendwie perfekt. Das ist so, man macht den Schrank auf und es stehen einfach drei Sachen drin, die man wirklich regelmäßig benutzt und das war's. Ich wohne jetzt übrigens seit zwei Jahren, nee, seit über zwei Jahren alleine in dieser Wohnung. Und mir ist erst bei diesem Minimalismus-Video aufgefallen, weil ich richtig ordentlich geputzt habe, dass ich einfach eine Lampe oben an meinem Spiegelschrank dran habe. Das finde ich richtig crazy. Und das ist übrigens alles, was ich aus Küche und Badezimmer ausgemistet habe. Das sieht jetzt zwar nicht ganz so viel aus, aber ich habe halt vieles auch einfach entsorgt, also in den Müll geschmissen. Also ich glaube, bei der Methode nach Marie Kondo geht es halt eher um so Sachen, die konsumbezogen sind und so Sachen wie Putzzeug, Küchenartikel, Badezimmerartikel. Das sind ja dann eher so Sachen, also oder so Lebensmittel, wo man sich fragen muss, benutzt sich das denn noch oder nicht? An sich hat mir halt auch vor allem beim Kleiderschrank die Frage voll gut geholfen, würde ich mir das jetzt nochmal kaufen, wenn ich die Möglichkeit hätte, mir das nochmal zu kaufen? Und das beantwortet es eigentlich schon ziemlich gut. So, beim Kleiderschrank habe ich dann auch erstmal gestaubsaugt und unten die Fläche sauber gewischt und da habe ich das Gleiche gemacht wie in der Küche. Also einfach nur die Kleiderbügel und das Staufach vertauscht und das macht halt schon voll viel aus, also für mein Auge zumindest. Und dann habe ich mich daran gemacht, die Klamotten alle nochmal auszusortieren, also zu schauen, wo ich insgeheim weiß, das ziehe ich sowieso nicht mehr an. Und das ist mir tatsächlich bei Klamotten auch viel einfacher gefallen als bei anderen Dingen wie in meinem Kürmelschrank. Und das kann auch daran liegen, dass ich selten Klamotten geschenkt bekomme und es mir deswegen auch nicht schwierig fällt, die auszusortieren. Also nicht so schwer fällt, weil ich da nicht so ein schlechtes Gewissen habe, weil habe ich mir immerhin noch selber gekauft. Und da, finde ich, kann man die Methode von Marie Kondo richtig gut anwenden. Also ich habe manche Dinge nicht angezogen, weil ich da einfach weiß, dass ich die auf jeden Fall fühle und das nicht weg kann oder nicht weg soll. Aber sonst habe ich alles einmal anprobiert und geschaut, ob ich das fühle und ob ich das auf jeden Fall noch behalten möchte oder eher nicht. Ich habe jetzt diesen Wäschekorb hier. Einfach anprobieren und dann gucken, wie es sich so anfühlt, ob mich die Sachen glücklich machen. So, die Schuhe. Also das Ding ist, ich lege mich mit diesen Schuhen immer auf die Schnauze. Kiss me hot before you go. I just wanted you to know. Aber wenn wir mal ehrlich sind, fühle ich die auch nicht mehr. Die kommen auch weg. Also das hier fühle ich auch absolut nicht. Dann habe ich noch Bettwäsche. Die ist noch voll gut, aber ich habe halt keinen Bock auf blaue Bettwäsche. Der Wäschekorb ist leer. Ich gehe den Kleiderschrank jetzt durch und zwar nach der Methode von Marie Kondo, dass ich alles so anziehe und gucke, was ich fühle. So, ich habe jetzt alles ausgemistet, außer ganz oben die Taschen. Ich laufe eigentlich echt im Moment nur mit dieser Captain & Son hier, wenn ich mehr habe. Oder mit meiner Bauchtasche. Ich finde das halt einfach übel entspannt. Die kann auf jeden Fall weg. So, die werde ich tatsächlich behalten. Es fühlt sich jetzt schon so befreit an, dass ich einfach alles ausgemistet habe. Die habe ich, glaube ich, von meiner Oma bekommen. Also die werde ich nicht wegtun. Ich finde, die hat halt voll was. Also habe ich jetzt noch zwei Rucksäcke, eine Bauchtasche und zwei Taschen für was Schickeres. Und ich finde, das Endergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das ist einfach alles, was weg kann. Da habe ich jetzt ganz viel in ein soziales Kaufhaus gegeben. Also ich glaube zwei Tüten. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich das alles versuchen soll auf Winter zu verkaufen. Aber ehrlicherweise ist mir der Aufwand viel zu groß dafür. Dann habe ich es lieber einmal weg, als dass ich das dann noch im Keller anstau. So, wir haben eine komplette Tüte voll mit Klamotten, die weg können. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen, wo ich meine Schwester frage, ob die die vielleicht haben will. Wenn nicht, kommen die auch ins soziale Kaufhaus. Also hier nochmal das finale Ergebnis. Ich saß jetzt, glaube ich, drei Stunden da dran. Tschüss. 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 Ich finde das Ganze richtig inspirierend. Und auch wenn du keine YouTube-Videos machst, finde ich es trotzdem immer eine coole Idee, dass man sich filmt, während man sauber macht. Beziehungsweise nicht sich selber, sondern das, was man sauber macht. Weil dieser Vorher-Nachher-Effekt finde ich immer so inspirierend und motivierend, weiter sauber zu machen. Also wenn du noch irgendwelche Methoden kennst, die Minimalismus betreffen oder auch Nachhaltigkeit, dann gerne in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao. Ciao. Ciao.